Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Azzurvan muss sterben, anzunehmen bei Liana Dusterquam in Suvamav, an folgender Position. Das ist in einem Legionsgebäude. Ich laufe nochmal hinaus, damit ihr seht, welches Gebäude das ist. Bisschen weiter weg, so, mach nochmal die Map auf, hier sieht man auch die Koordinaten. Diese Liana taucht hier erst auf, nachdem ihr die Quest Splitter von Forgos und Splitter von Kozak abgegeben habt. Dann müsst ihr kurz warten und dann kommt sie quasi hier ins Gebäude gelaufen bzw. spazierend hinein. Dann könnt ihr die Quest annehmen und hierbei muss ich Azzurvan, wie man sieht, besiegen. Da klicke ich dieses Portal mit der rechten Maustaste an und ich muss jetzt ausschauen nach Azzurvan halten. Dann mach die Quest auch zum ersten Mal, wie man sieht, ist er anscheinend über mir. Ich schaue mal nach. Azzurvan, da ist er. Ich greife den mal einfach mal an, ich glaube der kann nicht viel. Und das war es auch schon. Jetzt muss ich schauen, wie ich nach draußen komme. Ich laufe einfach mal zurück. Da ist ja noch immer dieses Legionsportal, das klicke ich nochmal mit der rechten Maustaste an. Und bin draußen, hier fliegen jetzt ein Haufen Legionsleichen, also, ja, Leichen von Dämonen und die Quest ist abzugeben bei Liana Dusterquam in Suramar in einem Gebäude. Jetzt zeige ich es nochmal. Mach auch die Map auf. Hier seht ihr auch die Koordinaten. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.